Hallo und herzlich willkommen zurück bei Crysis Core Final Fantasy 7 Reunion. Wir haben hier eine automatische Speicherung. Das ist unsere normale Speicherung. Ihr habt vielleicht gemerkt, die letzten Male konnte ich nicht so auf die Kommentare eingehen oder nicht so richtig. Denn ich habe einiges voraufgenommen. Mein Ziel war es eigentlich, dieses Spiel durchzuspielen tatsächlich, bevor Spoken rauskommt. Habe ich natürlich nicht geschafft, hätte ich das gedacht. Und ja, wir werden jetzt mal etwas weitermachen. Und zwar sind wir anscheinend am Scheidepunkt dieses Spiels angelangt. Denn das Spiel sagt, mache das, was du tun willst, bevor es wirklich zur Sache geht. Wir haben jetzt unsere Signature-Waffe hier hinten drauf, die wir dann auch später dem Cloud übergeben werden. Und den Angel haben wir fast verloren. Wo ist er? Der Angel, der wartet nämlich hier und passt auf die Ares auf. Wo ist er denn? Irgendwo ist er. Wo ist er? Angel, hallo. Where are you? Irgendwo hier ist er auf jeden Fall. Da oben ist er. Da sitzt er. Und da vorne ist die Ares. Wir wollen aber für die Ares einen wunderbaren Blumenwagen bauen. Ich finde aber, der ist schon sehr schön. Aber mir fehlt noch ein Ding, um diesen Blumenwagen wirklich wunderbar zu machen. Und deswegen habe ich im Internet geschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und um dieses Ding zu erlangen, muss ich die Quest von diesem Shinra-Typi mitmachen. Der uns diese Aufgabe gegeben hat, diese, die, wie heißt es, die Spione ausfindig zu machen. Und das machen wir jetzt mal. Segi Beilung. Wir müssen nämlich im Shinra-Gebäude anfangen und nicht hier unten. Ja, wo sind wir denn gerade? Also Angie ist hinüber. Genesis ist irgendwo reingefallen. Aber wir wissen natürlich alle, dass er noch lebt. Sephiroth ist eigentlich einer von den guten, in Anführungsstrichen. Wo muss ich denn eigentlich nochmal lang? Warte mal. Dann müssen wir nochmal gucken hier. Ja, die beiden Nebenquests, die machen wir mal nicht. Wo geht es hier nach oben zum... Wir wollen eigentlich zum Bahnsteig. Wo ging es denn hier zum Bahnsteig? Ne. Nein, da will ich doch gar nicht hin. Aber der hat sich in die Bibliothek verzogen. Wahrscheinlich lernt er jetzt tatsächlich über seine Herkunft alles. Und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt irgendwie knick... Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt tatsächlich zu diesem Punkt kommt, an dem er beginnt, langsam Shinra zu hinterfragen. Und ja, mal schauen, ob das jetzt noch hier wirklich so ist. Denn ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, als ich das damals gespielt habe. Und ich habe es, wie gesagt, auch nie zu Ende gespielt. So, wir wollen nicht mit dir reden. Wir wollen auch nicht mit dir reden. Wir wollen eigentlich mit niemandem reden. Wir wollen nur zurück an die Oberfläche. Ja, so sieht es aus. Wir sind nämlich da. Und zwar müssen wir die Leute scheinbar mehrmals anquatschen. Wir wollen nicht den normalen Blumenwagen. Wir wollten den... Warte mal, was wollten wir denn? Walnussholz? Nee, was brauchen wir denn? Ja, genau. Wir wollten den süßen Blumenwagen, glaube ich. Und dafür müssen wir die Spione finden. So, wir gehen mal hier runter. Auf die Loveless Street. Allee, nicht Street, sorry. So. Und irgendwo ist hier einer, der ganz aufgeregt rumrennt. Doch nicht? Hä? Hier rennt doch gar keiner aufgeregt rum. Du, oder was? Du bist so kein Soldat. Hä? Was ist denn? Ich habe gesagt, dass ich mich nicht so kenne. Hey! Er ist doch kein Soldat. Die Lösung stimmt nicht. Ich habe den Soldaten gefunden. Gehen Sie! Ich habe das noch nicht geflogen. Das ist doch der Zacks-San. Sie haben die Verkaufs-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San. Wenn Sie sich die Befugung der Befugung der Befugung, dann werden Sie einen anderen Zack-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San-San. Sie haben als ein B-San-San-San-San. Sie haben immer noch eine Arsch-San-San-San-San-San-San-San-San-San. Aber Sie sind hier nicht. Ich habe das Ausdruck auf die Befugung noch nicht. Ich glaube, Sie können jetzt wieder zurück in die eine neue Bindel-Fan. strikt nach Anleitung. Entschuldigt bitte, dass ich hier nachschaue, aber sonst würde ich mich hier dumm und dusselig suchen. Und ihr würdet euch denken, ist die doof? Was macht die da? Ich freue mich schon so unfassbar auf Red Burst. Das glaubt ihr gar nicht. Ich habe ja immer noch das originale Siebener hier. Müssten wir eigentlich auch mal spielen. So, hier sind wir doch schon auf dem Markt. Wo ist er denn, unser Glückspilz? Hier, du! Der luschelt aber in der Klammer ganz schön hart. Ja, das ist das. Das ist das. Ich habe mich erinnert. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Wacht direkt, ja. Und unser, zeige ich mal her hier, sind wir noch beflügelt? Ja, wir sind noch beflügelt. Wenn wir einmal im Shinra-Gebäude sind, könnten wir uns beflügeln lassen, aber wir sind noch beflügelt. So, ich hätte gerne einen Schrittzähler jetzt von Shadow Hearts, den könnten wir hier schön aufladen. Obwohl, der würde hier gar nicht zählen, der zählt ja nur einen Dungeon. So, Herr von und zu. Was machen Sie im Shinra-Gebäude? Ja, ich bin 1A-Mitarbeiter, Shinra. Shinra. Falt rum. Hier muss man lang. So, dann schauen wir mal. Aufzüge im Foyer. Das ist aber der Aufstellungsraum. Oder ist das oben? Lass uns doch mal rausgehen hier. Du bist nicht gemeint. Ist das hier das Foyer? Hier sind Aufzüge. Hier sind Aufzüge. Hä, wer bist denn du? Hast du den Nebenquests für mich? Scheinbar habe ich... Hey! Das war er, glaube ich. Komm wieder raus. Mal ganz kurz meine Karte rauslassen. Vielleicht kommt der Tifter wieder hier raus. Okay. Normalerweise hat er immer erst während Nio Hunger. Aber jetzt scheint er jetzt schon Hunger zu haben. Diese Stühle sehen alle aus, ob jemand draufgepulert hat. So, wo ist jetzt hier der Typ? Äh. So, da die Tage. Nee, ich suche doch nur jemanden. Foyer. Da ist er! Jetzt bist du aber dran, mein Guter. Na, 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 na. Ich bin der Zack, der Zack. Hier ist der Zack. Die Späne der Zack! Gehen Sie, zu gehen! Das ist der Zack, der Zack. Ich habe den Zack, der Zack, die Späne zu retten. Wenn die Zack der Zack auf der Zack, dann wird das andere Zack aufgenommen. Hä? Sehr viel Geld... Oh, wir haben eine neue Mission bekommen. Okay, wir machen aber erstmal... Streitendes Duo. Haben wir nicht schon mit denen geredet? Ähm, ich brauche nicht mit ihnen reden. Ich bin auch beflügelt. So, dann gehen wir mal zum Brunnenplatz. Wo ist denn unser streitendes Pärchen? Ist das hier der Brunnenplatz? Ja, oder? Ach, da streiten sie. Du streitest, oder? Nee, streitet gar nicht. Hä? Die Frau ist der Spion. Du! Hm. Ach, ihr streitet? Hm. 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 Nein, wir bleiben hier, Madame. Nein, wir bleiben hier, Madame. Hm. Hm. Hörst du! Hier, Zaks! Wir holen den Spion von U-Tai! Warte! Die sind echt Meister der Verkleidung. U-Tai-Spai, Sie haben eine Be看一下ktion. Damit sie sich die Bekämpfung überführen, wenn Sie die Bekämpfung um sich trugen können, zumal wir unsere competentweise geben. Wir haben wieder ein Bekämpfung. Das ist eine Bekämpfung der Spion, das ist dem Bekämpfung. Das ist die Bekämpfung. Das ist das Bekämpfung nachher. Die Bekämpfung ist der Bekämpfung nicht zu einer anderen Grundsätzen. Sie werden über diese Bekämpfung im Eingang zu mit diesen Schindern … Er wird gerade auch unterziehen. Aber... So, Ausstellungsraum. Ja, hier. Warte mal. Der neben der Rakete steht. Ach! Ach, okay. Du bist tatsächlich... Du bist jetzt sehr offensichtlich neben der Rakete gestanden. Hast neben der Rakete schon... Shido hat sich schon angefangen. Aber... ... dass die Rakete... Ich bin wirklich... 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 Ich bin... ... ich bin... ... und ich bin... ... das ist... Ich bin wirklich... Hier, Zacks! U-Tai-Spy! Hey! Stop! Auf uns! Auf uns! Ah, ja! Auf uns! Ah, ja! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... ... und... Ich bin... ... und... Also, ich muss ganz ehrlich sagen... Alles, was der jetzt erzählt hat... Das hört sich an wie... ...Ding... Ich habe ja jeden angesprochen bereits... ... in den ganzen Sektoren... ... und alles, was der so erzählt hat... ... ist das, was ich schon mal gehört habe... Oh, wie sie... ... wie sie sehen in unseren Augen... ... so komisch aus... ... und... ... gerade das mit der Geldgier und so... ... das von der anderen... ... das wusste man ja sogar schon... ... dass die Geldgierig ist... ... also wenn man sich das merkt... ... dann weiß man eigentlich schon voll Bescheid... ... so... ... wir müssen erst mal mit dem Zug fahren... ... ich nehme mal den Zug... ... da oben ist bei der Station... ... so... ... hier sind wir schon... ... wir müssen zum... ... also... ... der Controller... ... der macht einfach so... ... Random... ... äh... Vibration... ... wir müssen zum Park... ... voll die Blechhütten... ... aber Hauptsache Klimaanlage... ... das Haus da oben sieht voll süß aus... ... wie hält das... ... hat man da keine Angst... ... so... ... eines dieser Kinder... ... soll wohl der krasse Spion sein... ... ich kann mich auch erinnern... ... irgendeiner hasst uns... ... also... ... sie ist immer... ... sie spielt Zack... ... glaube ich... ... musste immer das... ... hasst er uns... ... also er wollte immer irgendjemand krasses sein... ... glaube ich... ... und er ist neu... ... hasst du mich? ... ich bin ein... ... äh... ... äh... ... du bist das... ... hey... ... du kleiner... ... Stinker... ... äh... ... äh... ... bist du es doch nicht... ... hey... ... wie hat er sich geschrumpft... ... äh... ... äh... ... sag mal... ... Walnussholz... ... Wutai ist Erzfeind... ... so... ... ähm... ... Walnussholz... ... wir brauchen nämlich... ... für das wunderschöne... ... kleine... ... äh... ... den süßen Wagen... ... wollte ich hier basteln... ... wir schauen mal schnell... ... ob wir jetzt alles haben... ... endlich... ... äh... ... hallo... ... lass mich mal... ... ähm... ... Gegenstände... ... wir brauchen... ... ist das ein Schlüsselgegenstand eigentlich? ... äh... ... hier... ... wir brauchen... ... das Mythrill-Werkzeug... ... das haben wir... ... wir brauchen das Walnussholz... ... das haben wir auch... ... wir brauchen die Rennreifen... ... die haben wir auch... ... und... ... was das? ... äh... ... Walnussholz... ... Mythrill... ... hm... ... scheinbar brauchen wir das... ... also scheinbar haben wir alles... ... ein Handwerker kann das sein... ... haben wir... ... der Handwerker haben wir auch... ... okay... ... wir haben alles... ... wir können jetzt Eris ihren süßen Wagen bauen... ... äh... ... äh... ... sowie eine Mästeine wir... ... ... ... ZOO Das sieht aus wie eine Dusche, da oben recht. So. Ja. Die Materialien, Mytryl-Werkzeug, Walnussholz, Rennreifen der Handwerker an Eris übergeben. Ja. 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 Ja, ja. Noch ein? Sag mal. Also ich kriege der Bauernhals nicht voll genug. Die sehen doch einmal ein Tutti aus. Ich finde aber den ersten immer noch am schönsten. Der zweite sieht so komisch aus. Ich finde, der zweite sieht aus wie zusammengeschustert. Der erste hier, der ist doch einmal frei. Voll das krasse Modell. Okay, wir werden mal gucken, dass wir die nächsten auch noch hinkriegen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss. Tschüss.